Heute zeige ich euch einen Trick, mit dem ihr bestimmen könnt, wie viele Tage ein Monat hat. Manche Monate haben 30 Tage, manche Monate haben 31 Tage. Der Februar hat 28 oder 29 Tage. Der Trick ist es, die Knöchel anzuschauen. Hier sind die Knöchel. Ein Knöchel heißt, der Monat hat 31 Tage. Also, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Jetzt wisst ihr immer, ob ein Monat 31 oder 30 Tage hat.